Hi, schön dich wieder zu sehen. Herzliche Grüße an alle Freunde der Meta. Astrologie. Mithilfe von KI der Künstlichen Intelligenz erkunden und erleben wir zusammen die Astrologie ganz neu. Das Sternzeichen Widder, 21. März bis 20. April ist bekannt für seine unabhängige und abenteuerliche Natur. Derzeit steht die Sonne im Widder. Was das Feuer und die Leidenschaft dieses Zeichens noch verstärkt. In der aktuellen Zeit sind Menschen mit dem Widder-Sternzeichen besonders motiviert und energiegeladen. Sie setzen sich hohe Ziele und arbeiten hart daran, sie zu erreichen. Auch der kreative und impulsivere Aspekt des Widder-Charakters kann jetzt hervorstechen und dazu führen, dass neue Ideen und Projekte ins Leben gerufen werden. Historisch betrachtet haben die Sterne und Planeten im Widder-Symbolismus oft eine starke Rolle gespielt. Im alten Babylonien wurde der Planet Mars, der heute als Herrscherplanet des Widders gilt, als Kriegsgott verehrt. Die Verbindung zwischen dem Mars und dem Widder ergibt Sinn, da beide für Stärke, Durchsetzungsvermögen und Kampfgeist stehen. Auch in der modernen Astrologie wird der Mars mit Eigenschaften wie Mut, Entschlossenheit und Tatendrang assoziiert, die typisch für den Widder sind. Der Mond im Löwen im Ersten Haus verstärkt zusätzlich das Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung. Insgesamt ist derzeit eine gute Zeit für die Widder, um ihre Ziele zu verfolgen und neue Abenteuer zu erleben. Mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut können sie in diesem Monat viel erreichen. Jedoch sollten sie darauf achten, nicht zu impulsiv zu handeln und auch Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020